Hey Freunde, kurzes Video. Wir haben einen Minecraft-Kalender bekommen, das heißt jetzt Minecraft anmachen, spielen und Geschenke sichern. Insgesamt 31 Tage können wir jetzt hier uns Skin-Teile sichern für unseren Minecraft-Skins und die ein bisschen schön gestalten. Zwei Tage sind ja schon vorbei. Im ersten waren ja diese schönen Kranarme drin, wo wir die jetzt, sag ich mal, auch aufteilen können, auf welchen Arm wir uns den jetzt legen wollen. Und als zweites haben wir jetzt schon eine Kopfbedeckung drin, so ein kleines Häuschen, finde ich auch ganz schick. Wir können natürlich nur gespannt sein, was wir in den nächsten Tagen da alles bekommen. Aber ansonsten seid aktiv, loggt euch ein, sichert euch natürlich die Skin-Teile, aber ansonsten wünsche ich dir jetzt natürlich noch viel Spaß beim Gestalten eines Skins. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017